Meine Damen und Herren, Finale in der Gängstenastelbeste, 46 Kilogramm. Hier stehen Sie sich gegenüber vom SAV-Tornbühel und hier in Mecklenburg vom Torwart André Ginz. Sein Gegner, Toni Ginz hier vom KVOR-Nemstück, Lüstenberg. Der Stolz des Mata-Singer, der Mata-Singer, der Mata-Singer ist hier im Ball. Mata-Singer, der Mata-Singer, der Mata-Singer, der Mata-Singer. Schütte! Ja! Applaus Vielen Dank. 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 Auf geht's, André. Auf gehts, André, auf gehts! Auf gehts, André, auf gehts! An sich, André! Auf gehts, Undré! Und Sie! Auf gehts! Und Sie! Herzlichen Glückwunsch!